Ich steh' gar nicht drauf, ich hab' nichts Soll man lernen, dass der Alltag kommt, wenn ich nicht bin? Das ist also die Generation U40 Und ich steh' noch verwundert fest, dass sich die Liebe veränderte Ich weiß nicht, dass sie schlechter geworden ist oder besser, sie ist einfach anders geworden Dementsprechend werden die Lieder, die man schreibt, Hörbe-Lieder schreibt auch alles Und diese schlechte Unbesiegbarkeit, die man hat, wenn man 18 ist oder 19 oder 20 Die ist ein bisschen entsprunden und man schaut ein bisschen zurück in die Vergangenheit Und traut sich gar nicht so recht in die Zukunft zu gucken Und wenn man ganz viel Glück hat, dann ist man echt manchmal in hier und jetzt Und davon handelt dieses Lied und das heißt, Dinge, die wir nicht verstehen Die Hälfte schießt den Hasen tot, das wäre wohl, wenn das Wörtchen gleich fällt Und wenn die Daumen noch hier lieb, schlägt der Grund und neben mir doch unter dir Und du lachst mir zu laut und treff' uns nachher vor Mit der Welt, die wir vorsehen Und der Welt, die wir nicht verstehen 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 Und die Weiten, die Städte und die Hälfte, dann kann ich sagen, alles wird so weit zu gehen. Denn leider wird nicht so drüchst, sondern die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke. Und die Glocke. Und die Glocke. Und die Glocke. Ich glaub, ich wird so weit zu gehen. Und die Weiten. Und die Glocke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank für's Zuschauen.